hallo und wieder herzlich willkommen zum let's play von goodbye deponia es geht weiter wir sind hier bei boso der ein bisschen fertig aussieht was kein wunder ist wenn man mit ja hier mit so jemanden wir wollen mal unauffällig denn hier so mit dem cursor markieren den herrn mehr oder weniger freunde des etc ja naja es sind nicht die schüttelpocken so viel steht fest aber was hat er dann wo so lass mich in ruhe ach du meine güte er hat antirufus ich wusste ja immer dass er plem plem ist jetzt haben wir es schriftlich du bist auch plem plem das brauche ich nicht mehr schriftlich da haben ja ich sie jetzt wieder mit der ollen ausschie da reden ich jetzt erst mal tschau die blöden die mugs frau mag ich kurz stören da ist baby boso unsinn frau das ist nicht baby boso sondern ein verirrter landstreicher ach ja wie komme ich dann auf baby boso weil du alt und senil bist verzeihung ich möchte ja ungern unterbrechen aber ich bin kein landstreicher ich bin kein landstreicher siehst du ich sagte doch das ist kein landstreicher na und du sagtest damals auch das ist keine wundbrandentzündung und dabei hätten wir das bein noch retten können der arme timmy oder timmy ja von der weihnachtsgeschichte ich erinnere mich was treibt ihr denn hier mitten im kriegsgebiet bist du denn gar nicht was hier los ist redest du immer noch mit dem landstreicher frau ich rede mit wem ich will was will er denn wir wissen was hier los ist na dann sag ihm dass hier rein gar nichts mehr los ist zumindest nicht seit der organon sich zurückgezogen hat das kannst du ihm auch selber sagen ich bin doch nicht ein beppo oh mein gott wohnt ihr schon lange neben den bosos was heißt denn hier trostlos es hat vielleicht hier und da ein paar granatenschäden aber es ist immer noch unser zuhause nicht doch muck er meinte doch die bosos na dann ist er hier falsch die wohnen nebenan bist ihr was mit bozo los ist ach du bist ein freund von bozo unsinn frau wo so freundet sich doch nicht mit irgendwelchen landstreichern an im gegensatz zu dir hat er nämlich noch einen restlichen funken grips auch wenn er sich momentan nicht so benimmt er ist deprimiert mooc natürlich ist er das er hat keinen job keine freundin die welt geht unter er hat eine freundin ihr name ist bambina und sie wohnt auf dem schwimmenden schwarzmarkt wenn sie ihm auch so häufig widerspricht verstehe ich langsam warum er wieder zu hause eingezogen ist ich suche das lager des widerstands sag ihm wir kaufen nichts der junge mann sucht etwas mooc und da fragt er ausgerechnet dich du verbummelst doch immer alles wenigstens habe ich noch meine manieren wenn du wirklich manieren hättest würdest du dich um deinen gast kümmern den landstreicher den hätte ich fast vergessen sag ihm dass er wenn er schon betteln muss sein glück lieber beim widerstand probieren sollte das lager ist ja nur die treppe runter und dann einmal quer über den platz dort wissen sie wenigstens wie man ordnung hält ja danke für die informationen idiot versteht ihr überhaupt was ich sage fünf oder unsinn frau es sind mindestens sieben ach du hast doch keine ahnung du weißt ja nicht mal worum es geht warum fragst du dann nicht deinen freund den landstreicher der scheint ja auf alles eine antwort zu haben ach quatsch der redet doch gar nicht weil du einen eben nie zu wort kommen lässt er will schon wieder etwas sagen ich gehe dann mal vergesst es einfach das wird ja selbst mir zu blöd ich gehe ich glaube du hattest recht mooc das war doch ein landstreicher sag ich doch frau aber du hörst ja nie auf mich die haben noch einen an der klatsche ich muss jetzt mal schnell hier irgendwie hat sich das sound schon wieder unten der ist aber unten komisch da ist eigentlich alles wie es war naja komisch ob sie das war nicht nicht aber fällt mir mal ein bevor ich hier weiter geben müsste doch mister hier schnuller joe ich habe so das gefühl dass das hier wieder ein schnabeltier ist bei meinem glück ich brauche ein schnuller das ist bitte was ein schnuller fühlt sich zumindest wie ein schnuller an so glitschig und schnulleresk schnulleresk ja na dann okay schnuller in eventuell gold ich glaube nicht dass dieses ding gold ist das ist bestimmt irgendeine fledermaus oder eine fette spinne und dann kriegt die krise na dann habe ich dich was mache ich hier eigentlich kombiniert ich habe hier scheinbar im dunkeln ohne etwas licht wird es ja du bist ein genie idiot kannst du so das gestrüpp steckt in der spalte und nun machen wir maybe hey na klar so kann ich feuer machen ich habe den arsch angezündet das gold ah wie toll zum tod lachen nur damit du im bilde bist das war alles geplant und überhaupt wir haben jetzt wichtigeres zu tun wir müssen diese dingensäure finden um dich wieder zu einem echten menschen zu machen du meinst wieder erwachsen werden zu lassen weil du ein idiot bist und schon wieder die hälfte vergessen hast wenn du wieder groß bist werde ich dich nie wieder töten drei teilen oder in einen säugling verwandeln versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen ach gold du verzeihst mir alles das mag ich so an dir die arme drehkreuz wofür sind das hm klappt nicht ich tappe hier scheinbar im dunkeln oh idiot ok draußen ist so ein schöner tag und ich hänge hier in der gosse rum ah moment mal da müsste doch hm war da was ist da jemand horridu hm wahrscheinlich nur ein bildung pah keiner da ihr seid so dumm ich frag mich manchmal echt ernsthaft wie der überleben konnte die ganze zeit dieser voll depp woher denn jetzt hin ach da oben ist er ups um hm hm ach endlich funktioniert hier mal was ich wette die anderen beiden kommen nicht so gut voran diese saft heinis du oh was ist das und zum abschluss unseres heutigen programms habe ich noch einen ganz besonderen leckerbissen für euch ihr kennt ihn alle ihr liebt ihn alle und hier ist er nun mit seinem aktuellen smashit cowboy dodo mit schau mich an eine solar betriebene leuchtreklane sehr fortschrittlich da muss wahrscheinlich die lampe umdrehen aber was ahhh du weißt nicht was du willst wer du bist wo du stehst woher du kommst wo du bleibst oder kurz wohin du gehst aus eigener kraft mir irgendwas geschafft völlig ehrenhaft schmorst du in deinem saft es ist okay du bist autark wie metal mit eigenleitung du schaffst von nix doch wenn du schaffst dann wärst mit eigenleitung du holst dir nie ein rat bist nie ne morgenzeitung hast von nix mit anderen und hast doch ne eigene meinung und das ist okay so dann holst du auf das ego was mich nervt fragt man dich na wie geht's dir sagst du geht's aber auch im Kriegen alle spacken was gebacken und ich niente warum bleibt die ganze kacke an die backen alter wenn die dir nicht helfen lässt dann bist du selber schuld daran willst du wissen wie das geht dann schau mich an wo ist das problem auch mal hilfe anzunehmen lass doch mal den profi ran und schau mich an alter brauchst du eine brille wächst die krille auf der pupille hast du was am sehorgan man schau mich an ich bin der cowboy dodo cowboy dodo diep dap dodo schau mich an ey cowboy dodo spot auf den cowboy da was hat man dazu verorgano ist ein cowboy dodo fan jetzt da er abgelenkt ist muss ich nur noch eine offene kiste finden vorzugsweise eine die nach elysium mitgenommen wird und schon heißt es erinnert mich an stefan raf der typ kann mich mal hier weitermachen bitte wenn ich alles selber macht ich wette die anderen beiden kommen nicht so gut voran diese saft heinis ach danke dass dieser blöde scheiß song na wer sagt es denn die hier geht nach elysium die länder murks die ist zu klein um mich darin zu verstecken du bist ein idiot na wer sagt es denn die hier geht nach elysium so ein quark die ist mit einem nummernschloss gesichert du bist ein idiot na wer sagt es denn die hier geht nach elysium hey ge 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 scheibenkleister solange da was drauf steht bekomme ich die nie auf ma wer sagt es denn die hier geht nach elysium hey ge 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 oh ja ich weiß scheibenkleister solange da was drauf steht bekomme ich die nie auf hier ist gar kein eddy cat drauf ich muss wohl eine andere kiste finden du bist ein voll depp Kann ich hier irgendwo ein... Ich würde dem Wachmann direkt durchs Sichtfeld laufen. Was ist das hier eigentlich? Ach ja, eine Sache noch. Bevor ich dort in der Finsternis für etwas Erleuchtung sorge, stell dich immer zwischen mich und die menschenfressenden Monster. Wir wollen ja nicht, dass mir was passiert. Ich staune immer wieder, wie dämlich diese Organons sind. Oh oh. Und jetzt, nach dem einmaligen Erfolg von Schau mich an, ist es uns eine Freude, die erste Exklusiv... Nein! ...seiner neuen Single präsentieren zu dürfen. Freuen Sie sich mit uns auf Cowboy Dodo mit Schau dich um! Oh Gott, jetzt auch noch die B-Seite. Puh. Wir werden gleich entdeckt. Kann dieser komische Stefan Rammkau, wo ich mich meine Hula... Ey, du kürzt ja immer noch, schlimmer noch. Du kommst ja nicht mehr runter, wie eine Zeitung aus dem Sommerloch. Reg dich ab, leg dich ab. Schnapp nicht über. Du weißt doch selber, wer nicht nachgeht, wird nicht klüger. Also guck mal drauf, reicht schon. Das ist eine Live-Show. Sei es drum, du weißt schon. Ich bin jeder Meistro. Hab ich Soße an der Fratze? Krieg ich da eine Glatze? Läuft nicht was auf YouTube? Irgendwas mit Katze? Du schaust mich an als selbst gar nichts anderes in der Glatze. Ich kann sich einmal übel nehmen, weil ich genauso kotze, wenn ich überall nur Schrott sehe. Glaube mir, das tue ich, denn wir wohnen ja auf die Ponia. Da ist es halt nicht so blumig. Überall im Übel ist auch irgendwo Elysium. Da stehst du, fahrt schon rum, dumm, schau dich um. Was ist dein Problem? Gibt es hier irgendwas zu sehen? Ey, was glotzt du denn so dumm? Schau dich um. Hast du Schollklappen, Schleudertrauma, Schiss oder Rheuma? Bist du taub, bist du stumm, Mann? Schau dich um. Hör auf Cowboy Dodo, Cowboy Dodo, Cowboy Dodo. Du schau dich um. Ey Cowboy Dodo, Tip, Tap, Dubub, Dub, Bip, Bip,isch. Hör auf. Tja, da hat er gar nicht so unrecht. Man sollte sich wirklich viel mehr umschauen im Leben. Oh oh. Sonst verpasst man doch die ganzen Eindringlinge. Alarm. Oh scheiße. Danke Mann. Aber echt. Äh. Das ist ja entsetzlicher als befürchtet. Bist du mein Papa? Nein. Das will ich nicht hoffen. Und wenn doch, dann schlägst du eher nach deiner Mutter. Ich bin Rufus. Entschuldigen Sie bitte die mangelnde Zurückhaltung meiner Schwester. Sie freut sich nur, dass wir endlich einen Erwachsenen gefunden haben. Ich bin Rusty. Das da ist Grittchen und unser kleiner Bruder heißt Hansel. Ein Strohhalm namens Hansel? Eure Eltern waren echte Sadisten, hä? Zumindest haben sie uns hier in der Kanalisation ausgesetzt. Wir irren schon eine ganze Weile alleine durch die Dunkelheit. Können Sie uns vielleicht helfen? Können kann ich schon. Eher? Nein. Verzählt euch. Aber das ist nicht die angemessene Reaktion. Als Erwachsener haben sie die Verantwortung, armen Kindern in Not zu helfen. Mag sein, aber ich hab ja schon einen Rotzbalk an der Hacke. Ich kann mich doch nicht zerreißen. Ihr helft euch mal schön selbst. Kusch! Oh, du bist so gemein. Die armen kleinen Kinder, die brauchen deine Hilfe. Die sind voll niedlich. Naja, okay, sie sind nett. Na, hören Sie mal. Wir sind doch keine Hunde. Das kann man wohl sagen. Hunde sind intelligent und verstehen einfache Kommandos. Na, du bist ein Volldeb-Rufus. Du verstehst auch keine Kommandos. Außer, explodier bitte nicht da hinten in der E... Hey, wenn ich euch nicht helfe, müsst ihr mir auch nicht hinterher dackeln. Ich befinde mich auf einem gefährlichen Abenteuer. Hm? Aber wir brauchen doch ihre Hilfe. Und ich sage euch, das ist nichts für Kinder. Ihr könntet in ein Plasma-Gefecht geraten. Ah ja. Soll ich von dieser Hexe da drüben aufgefressen werden. Also wenn ihr mich fragt, sieht die ganz schön hungrig aus. Na also, ich verbitte mir solche Unterstellungen. Ich esse doch keine Kinder. Stimmt, sie grillt sie vorher. Ich? Für was treiben sie denn dann hier? Ich sammle alte Flaschen und verkaufe sie dem Soas in. Hier unten gibt es einen Pub? Na wunderbar. Ich könnte durchaus... Lufus. Augenblick mal. Ihnen ist nicht zufällig ein Behälter mit einer grünen Flüssigkeit untergekommen? Doch. Und ich habe die fünf Slotty dafür bekommen. Großartig. Siehst du, Goal? Ich habe doch gesagt, ich rette dich. Ja, du Volldepp. Aber sie hat den Behälter nicht. You know what I mean? Pfandhexe. Sollen wir einen Pilz mitnehmen? Uh! Aua! Olle Hexe. Man braucht keine mykologische Ausbildung, um zu erkennen, dass dieser Pilz hier vollkommen ungefährlich ist. Und das sagt er, nachdem ihm die Rakete in den Kopf geflogen ist. Na, ihr seid schlau, Kinder. Oh! Au! Don't touch me! Aua! Okay, ich habe ja immer noch nichts daraus gelernt, weil ich Rufus bin. Oh! Aua! Hm. Pui. Ich dachte eigentlich, dass der Hexe ist, was auf die Rübe fliegt. Äh, ich meine, der Pfandfrau, der Tussi, die keine Hexe ist. Hallo nochmal, ungenädige Frau. Ah, da ist der, der ihre Vater. Dankeschön. Das sind nicht meine. Sie scheinen das anders zu sehen. Ja, aber ich habe es mir nicht ausgesucht. Glaub ich dir gerne. Falls du einen Tipp willst. Mama, Cosimas selbst gehäkelte Schlupftüten sind extrem reißfest. Oh ja, ich bin welcher Ha... Was für ein Zeug? Sie haben also fünf Slotty? Ja, alle fünf. Hä? Hier in der Kanalisation gibt es nicht viel Geld. Genauer gesagt, es gibt exakt fünf Slotty. Und im Augenblick gehören sie mir. Hm? Klingt nach einem sehr überschaubaren, stabilen Währungssystem. Das war es. Bis Hedgefonds und Spekulationen am Finanzmarkt zu massiven Leistungsbilanzdefiziten führten. Ja, ja, verstehe. Oh Gott, es gibt genau fünf Slotty. Und die hat sie. Bla, 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 bla. Und Sie haben nicht zufällig Interesse an ein paar leckeren Kinder? So ein Zufall. Die kosten genau fünf Slotty. Aber Herr Rufus, Sie können uns doch nicht einfach so an fremde Leute verkaufen. Pst, jetzt. Das ist eine Erwachsenenunterhaltung. Keine Sorge, Junge. Ich bin nicht interessiert daran, mir von irgendeinem dahergelaufenen Dummkopf Kinder andrehen zu lassen. Ich will ja nicht so enden wie meine Mutter. Oh. Jam, 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 Kinder jetzt neu. Das ist gemein. Was uns noch so erwartet mit jam, 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 Kinder jetzt ganz frisch und so. Sehen wir dann im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 Ciao.